Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Alex. Ja, da sind wir am Start und wir gucken uns direkt auch mal ein bisschen um. So, schauen wir doch mal. Wir dürfen zwar nicht in fremde Häuser rein, aber ich meine, gucken wir uns nochmal um. Vielleicht liegt ja irgendwas, was wir hier gebrauchen könnten. Wie Dietriche, finde ich super. Eine Anleitung. Zu was denn? Ein kleiner Heiltrank. Ja, perfekt. So etwas hatten wir auch gesucht und natürlich geht es auch einmal nach oben. Ja, mit den Leitern. Oh Gott, die brauchen immer so. Kann ich das nicht beschleunigen? Nein, können wir leider nicht. Aber der erste Eindruck auch nach einem kleinen Intermezzo hier meinerseits. Mir gefällt es. Es ist schön. So, Zigarettenpackung. Kleiner Mana-Trank. Du hast nicht so gute Adler-Augen, dass du uns hier oben siehst, wie wir alles mitgehen lassen. Gehe ich mal stark davon aus. Pfeile. Jawohl. Gib mal her hier. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. So, dann einmal wieder runter. Ich meine, die Berserker gefallen mir eigentlich so als Fraktion recht gut. Das Einzige, was mich wundert, ist die Rüstung, die sie anhaben. Wie soll die denn bitte gegen Energiegewehre und Co. schützen? Also es wundert mich schon. Verzieren die ihre Rüstung mit Elex? Oder wie sieht das aus? Also es würde mich ehrlich gesagt jetzt nicht wundern. Von daher ist das doch eigentlich schon ganz nett. Weil anders kann man sich das ja nicht erklären. Und schaut euch doch bitte das mal an, ey. Das ist ja... Boah. Das ist eine Welt, sag ich euch. Das ist eine Welt. Und es ist super cool. So. Hier haben wir aber keine Pflanzen oder so etwas, wenn ich es richtig gesehen habe. Nicht, dass wir mitgehen lassen könnten. Wer bist du denn? Hallo? Verschwinde von hier. Du hast hier nichts verloren. Äh, Argor, was ist denn los hier? Ich gehe weiter zur Not über deine Leiche Kampf 2. Nicht genug. Achso, okay. Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Aha. Und jetzt verschwinde! Argor, sei doch nicht so! Mensch, was ist denn los da? Ich glaube, da müssen wir mal anders reingehen hier, ne? Der Schlund ist es! Der Schlund! Warte mal, wir waren doch gerade hier auf der rechten Seite. Wie kommen wir denn dort rein? Ich glaube, hier über die Mauer. Ist das eigentlich ganz gut? Wir darf uns ja bloß nicht erwischen, ne? Dadim! Schleichmodus aktiviert. Ich hoffe, das geht gut. Und hier sind nicht noch mehr Wachen oder so. Sonst haben wir echt ein dickes Problemchen. Aber, naja. Steht sogar dran, dass es verboten ist, ne? Aber, er sieht uns ja nicht. Wir können ja nochmal vorsichtshalber speichern. So, wo ist er denn? Ach, da unten hängt er. Ja, gut. Ist ja halb so wild. So, hier haben wir nichts mehr. Da haben wir nichts. Wir können auch die Leiter benutzen, ne? Davon kriegt er hoffentlich nichts mit. So, und jetzt kommt natürlich die, ähm, Kleinigkeit, ne? Das sind immer die Kleinigkeiten, die Spiele gut machen. Und wenn wir jetzt oben ankommen, sind wir noch im Schleichmodus oder nicht? Ja, sind wir. Sehr gut. Dankeschön, Piranha Bytes. So, die Pfeile lassen wir natürlich auch noch mitgehen. Und gut, dass wir sonst niemanden hier haben. Aber mehr sehe ich auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Der Schlund. Da ist die ganze Elektronik, wo wir natürlich auch dran wollen. Da bin ich ja mal gespannt. Da kommen auch bestimmt die Klerikerwaffen hin und so, ne? Also, die Berserker sind ja gegen das Elex und gegen die Technik. Ja, zumindest nicht gegen das Elex, aber gegen jegliche Technik. Das ist interessant. So, so schön mittelalterlich. Möchte man, äh, schon fast sagen. So, nachdem wir das hier geklärt haben. Ich hoffe, der geht nicht auf Wanderschaft oder auf Patrouille oder so. Mist. Sonst haben wir hier echt ein Problem. Ah, da unten ist der ganze Müll. Und da wollen wir natürlich hin. So, ich speichere nochmal eben, damit ich aus dem Schleichmodus rausgehe. Mal gucken. Also, eigentlich dürfte er ja nicht meckern, ne? Wo ist er denn? Ne, der steht da. In aller Ruhe. Wir sind ganz allein hier. Unter uns. Ja. So, so. Die Berserker und die Technik. Werden keine Freunde. So viel steht fest. Der Schlund. Oh, schau mal. Hm. Schicke Autos haben wir sogar hier. Also, in den ganzen Kram tun die unten reinpacken. Oh, wow. Das war aber jetzt mehr Glück als Verstand, ne? Hallo. Ja, 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 ja. Warte, warte. Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit. Acht Prozent. Na ja, gut. Es ist halt ein Roboter, ne? Gut zu wissen, dass wir beides geschafft haben. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystem Ausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Hm. Ist offenbar etwas komplizierter. Gut. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel. Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel. Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel. Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Oh wow. Tja. War ein voller Erfolg, was? Negativ. Negativ. Okay. Also das waren unsere Befehle, bevor irgendwas passiert ist. Ach du Jemine. Okay. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Kommanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Okay. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja. Ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Eben drum. Wir wurden angeschossen. Man hat ja auch Blut gesehen, aber irgendwie, er sieht ja relativ gut aus. Nicht, dass uns irgendwie noch ein Dritter geholfen hat, dass wir überleben. Vielleicht hat der Outlaw uns ja verbunden oder so. Und hat sich als Dankeschön dafür unser Equipment genommen. Aber es ist auf jeden Fall interessant und die Alps sind eigentlich so wie die Borgs. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Warte, wir sehen uns später. Mission Wartungsprotokoll. Achso, und der geht jetzt einfach, äh, ja, okay. Okay. Antitoxine erhalten. So, jetzt gehen wir erstmal hier plündern. Was, schmeißen die denn hier unten immer alles rein? Da wird es doch bestimmt das eine oder andere geben, was interessant ist. Jawohl. Herr damit. Warte mal hier. Bewegungssensor. Abgeschlossen Energie. What? Drohnenkontrolle. Ach du Schande. Hoffentlich kommen wir hier auch heil raus. Oh, das haben wir hier noch Schönes. Ne, klettern, klettern. Ich will nicht klettern. Was bist du da? Da ist noch was in der Ecke. Was ist das? Ein Presslufthammer. Jawohl, eine neue Waffe. Geh ich mal stark davon aus. Was haben wir noch? Da liegt noch etwas Elix. Jawohl. Dann nehmen wir natürlich mit. Liegt da in die Schrott oder so noch? Ne, es sieht nicht da noch aus. So, Menü. Wollen wir doch mal gucken. Neue Waffe. Nö. Drohnenkontrolle. Wert 120. Drohne. Lebensspanne variabel. Abklingzeit 40 Sekunden. Verbrauchbarer Alpzauber der Drohnenbeherrschung. Ach so, wir können hier eine Drohne beschwören oder wie? Oh, ho, ho, ho. Mach mal auf die 8. Ähm, Geschoss. Da, 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 da. Ja, das wissen wir, das kennen wir. Äh, hier dürfte ja nichts Neues sein, ne? Ne. Was ist ein Antitoxin? Giftresistenz plus 40. Effektdauer 90 Sekunden. Ne Menge Nahrung, wissen wir ja. Viele, viele Pflanzen. Ähm, Presslufthammerwerkzeug. Ähm, ach so. Damit kann man Materialien aus Gestein fördern. Eine moderne Spitzhacke. Gegenüber den anderen Teilen. Das ist natürlich cool. Das ist sehr cool. Kleiner weißer Stein. Bonus. Bonus Schaden für Gefährten plus 1. Oh, wow. Was ist das denn geiles? Voraussetzung Sockel einsetzen. Das ist echt nicht übel, ne? Das ist echt nicht übel. Also, dass man jetzt sogar die Gefährten verstärken kann, ist, ähm... Ziemlich abgefahren, möchte man sagen. Das finde ich doch sehr, sehr cool. Aber mehr haben wir hier gar nicht, ne? Wenn ich das richtig sehe. Haben wir wirklich alles geplündert? Nicht, dass hier irgendwie noch was Verteiltes oder Verstecktes. Das sieht aber nicht danach aus. Ja, das Einzige, was natürlich jetzt im Nachhinein mir noch einfällt, was ein bisschen nervig ist in den ganzen Spielen. Was wiederum auch je nachdem könnte man sagen schade ist. Bist du Erz? Eine Schwefelader. Jo. Und der Kollege kriegt nichts mit. Haben wir schön Schwefel bekommen. Ähm, ist halt nun mal, wenn wir irgendwas in der Hand haben, sagen wir halt jetzt mal eine Waffe oder so, dürfen wir halt immer noch nicht plündern, ne? Das ist alles noch ein wenig, äh, doof. Aber daran müssen wir uns halt nun mal leider auch gewöhnen. Das kennt man ja je nachdem ein bisschen besser. So, und nachdem wir das alles gemacht haben, äh, können wir jetzt auch gucken nach den Erzvorkommen. Ich weiß ja nicht alles, was es gibt. Es gibt Schwefel, Erz und natürlich auch die anderen, ähm, Vorkommen. Sowas wie Kupfer und all so ein Kram. Ähm, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Heilauf hier wieder rauskommen, ohne dass er irgendwas, äh, mitbekommt. Und dann haben wir es auch geschafft. Ahaha, jawoll, so. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er nichts mitbekommen hat. Das heißt, wir dürfen uns in aller Ruhe dann auch mal in der Stadt umgucken und uns da mal dann totquatschen, wie es sich gehört. Und ich glaube, es ist schon spät, ne? Haben wir nicht irgendwie eine Uhrzeit oder so im Inventar? Haben wir keine Uhrzeit? Wir haben schon 523 Elexit. Aber nee, ich sehe keine Uhrzeit. Schade. Hm, vielleicht kriegen wir das ja später alles mal. So, dann lass doch mal gucken. Wir dürfen ja einfach rein, ne, Drog? Jawoll, guter Mann. Dann gucken wir uns doch mal um. Ach Gottchen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ach so, da können wir einen Hammer nehmen. Da steht doch nicht dran verboten, richtig? Richtig. So, hier könnten wir uns schlafen legen. Ein Werker. Ach so, ja, Entschuldigung. Hi, grüß dich. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir nicht rein dürften. Ne Kralle. Ja, ne Kralle wollte ich schon immer mal haben. Wir könnten auch jetzt hochfliegen. Glaube ich zumindest. Aber wir könnten aber auch hochklettern. Ich weiß nicht, ob wir durch die kleinen Schlitze durchkommen. Ja, Gabel, Fell, Mana, dürfen wir alles nicht mitgehen lassen. Erst, wenn es Nacht wird. Naja, Werker. Wer bist du denn? Ach, eine Setzerin. Ich weiß gar nicht, wo gehen wir lang? Lass mal eben gucken auf Karte. Äh, jein. Hm, ich glaube, wir laufen erst mal unten entlang, ne? Der hatte gesagt, wir sollen uns im unteren Viertel oder so aufhalten. Zu Beginn. Was war das denn für ein Geräusch? Hm. Ob es da irgendwas im Wasser zu holen gibt? Ich werde mich so und so in aller Ruhe hier umgucken. Und ich werde hier auf Plündermissionen gehen. Und ich werde das Spiel komplett genießen. Aber ich werde euch selbstverständlich nicht bei allen mitnehmen. Ich will euch ja auch nicht langweilen. Ich meine, es ist ja immer noch der Start. Und es ist aufregend. Und es ist neu und modern und cool. Aber für alles selbstverständlich natürlich nicht. Ich meine, das eine oder andere werde ich euch dann zeigen. Ich werde dann je nachdem auch das eine oder andere natürlich zusammenschneiden. Oh, Pfeile. Ich liebe sie jetzt schon. Oh, hoffentlich können wir später mal Pfeile herstellen. Aber schön hier, ne? Hör mal, was für altmodische Waffen. Und dennoch so cool. Ähm, werde ich euch natürlich dann irgendwie zusammengeschnittene Sachen dann zeigen. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Eine Truhe, wo wir auch dran dürfen. Eine Jägerhose. Ach, sehr cool. Ich nehme das mal alles mit. Wir dürfen das ja tragen, ne? Mal nach Pflänzchen. Und, äh, werden natürlich die gesamte Welt unsicher machen. Ist ja selbstverständlich. In jede Ecke wird reingeguckt. Wir werden uns alles angucken, wo es noch ein paar Verstecke gibt. Wo es dieses gibt, wo es jenes gibt. Also, das werden wir dann im Laufe der Zeit schon alles hinkriegen. Oh, was ist das denn? Später vielleicht. Was ist das? Hm. Schlüppft da irgendwann was draus? Oder? Sieht mir aus wie dicke Eier. Also, jetzt wirklich wie Eier jetzt hier. Nicht falsch verstehen auch so, ne? Ihr Schweine, ja. Ne, gut, dann bleiben wir mal unten. Mal gucken, wen wir hier finden. Hier war ja keiner. Sieht mir ja aus wie eine Schmiede hier, ne? Ja, dürfen wir wieder alles nicht mitnehmen. Sonst gibt's wieder auf die Finger. Müssen wir bestimmt Strafe zahlen und all so ein Kram. Klettern, klettern. Stimmt, auf den Häusern könnten wir uns umgucken. Äh, nee, du, warte, Eldur. Hey. Ja, ja. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust jetzt, eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Äh. Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Soweit alles klar. Ja, was ist Mana? Mana kennen wir ja, ne? Aber die Speisen... Die, die gewinnen aus Elex Mana? Was ist Mana? Nix da. Ich hab schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Kaldrim, Born... Okay, alles klar. Ach so, Persönlichkeit 2. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühle an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Äh, okay. Ja, eben. Ich wollte doch gerade sagen, die Stadt ist ja... Die Stadt ist doch gut befestigt. Was nützt die Befestigung, wenn die Wühler sich einfach aus dem Boden graben? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Okay, das klingt ja gut. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar. Das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Naja, komm. Also. Was glaubst du wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Hm. Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Also, die haben keine Ahnung, äh, die haben keine Ahnung, was passiert ist. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Ja, dass das machen wir. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wülern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Au, das ist wieder so eine schöne Frage, ne? Die Stadt ist mir egal, du hast recht. Ah, wir könnten jetzt also mehr Profit rausholen, wenn wir sagen, ja, ist mir doch kackegal, ne? Oder wir... Es ist wieder so... Bestimmt so ein Stimmensystem. Dann sagt der Eldor, ja, du hast dem Eldor geholfen. Er denkt, du bist ein netter Kerl und deswegen darfst du bei denen mitmachen. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ach, und schon ist er freundlich und die Kälte ist gesunken. Ah, perfekt. So, ich werde jetzt natürlich erstmal in aller Ruhe werde ich mich aufs Ohr hauen, wenn wir ein Bett finden. Ähm, ansonsten werden wir natürlich Stück für Stück hier uns ein wenig umgucken, aber natürlich, wenn es Tag ist und nicht regnet. Und zumal... Achso, darf ich nicht in meinem Menü rumkramen, werden wir natürlich einmal die Jägerhose anziehen und ich werde mich ein wenig durchs Inventar dann... Ach, Granaten. Erhöht den von dir ausgeteilten Schaden mit Handgranaten mit jeder Stufe. Ah, ja. Äh, werde ich mir natürlich mal ein bisschen die Fähigkeiten angucken und alles, was so miteinander zusammenhängt, weil... Ich glaube, es lohnt sich schon, sich darüber mal so ein bisschen Gedanken zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.